Hallo, nochmal die Basilika von Santa Maria in San Sebastian. San Sebastian ist sehr, sehr, oder in San Sebastian ist sehr charakteristisch die Kunst. Kunst über alles. Hier, es ist sehr, sehr bekannt, der Akoa Orpheon Donostiara. Ich glaube, es ist einer der besten Chören Spaniens. Das ist ein super Ort hier in San Sebastian. Ich bin hier an der Taufwecke. Auch sehr modern, super renoviert und schaut mal hier. Fantastisch. Bis bald. Ja, ich bin hier richtig gebildet. Du hast es gerade gemacht.